So, hallo, ich glaube zu einer Folge, bis jetzt zu einem neuen Projekt, und das ist Minecraft VitaBeast Lite, ich habe mir gedacht, ich spiele jetzt auch mal einfach ein Modpack, weil das generell viele machen, zurzeit. Ich spiele jetzt im Moment im Stream als Sub-Server, und habe ich gedacht, hey, Lite, weil wir kenne ich ein bisschen aus, spiele ich auch mal. Und ich will jetzt irgendwie auf dem Sub-Server verenden, dass ich am Ende anessen krepiere. Ich will jetzt erst mal die Höhle rein, würde ich sagen, es ist gut. Und wir werden jetzt erst mal ein paar Grundstoffe, wohl erst in der Grundstoffe, erst mal erfahren, dass wir, wenn wir auf der Suche nach einem Rubber-Wood-Wald sind, also ich glaube, es gibt noch mal Wälder, beispielsweise doch, es sollte Wälder geben. Das wird dann direkt mit Technik anfangen, weil am besten anfangen wir so schnell wie möglich an, Technik, beziehungsweise Energie herzustellen, da das eigentlich das Herzstück des ganzen Modpacks ist. Das ist so schnell, das ist so schnell. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ich habe mir jetzt einen Ofen aufgestellt, um das Eisen zu schmelzen, um den Eisenpickx zu machen und noch ein paar weitere Steine hacken zu machen. Und dann geht es weiter, um so. 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 Und dann geht es weiter. So, jetzt gehen wir Lisa nach oben. Und suchen und glaube ich, erst mal ein Platz für überhaupt sein. Wir hatten leider nicht das Glück, dass wir Rats gefunden haben, allerdings haben wir einen Körper gefunden. Zinn, ich weiß überhaupt nicht, was man mit Zinn machen kann. Das werde ich mir nochmal angucken. Und dann ist auch, glaube ich, die Folge vorbei ist, glaube ich, ist bisher eine kurze Folge, wenn ich überlege, was ich, also was meine, das will ich, das will ich, ich weiß, das ist, halt schon mal klar. Aber es muss echt richtig langweilig sein. man darf nur einen zuguck der erz abbaute ich bin unter wasser ja ich möchte darüber wie sonst habe ich schon ok ok ich würde mich hier aus und damit sage ich was heißt ich glaube ich aus ich glaube ich muss ich bevor sie uns zeigen können oh warte also ähm ja ok dann will ich sagen das hat uns der folge lasst es mir wer da und damit sage ich tschau